Good morning in the morning, ich bin die verrückte Ente und wir sind zurück zu einem neunten Let's Play mit Heyday und ich habe heute richtig gute Laune, das liegt am Wetter glaube ich und ich fange heute an mit meinem momentan, ich muss immer momentan sagen dazu, also mit meinem momentan Lieblingsspiel fange ich heute an weil ich mache heute Let's Plays für alle Kanäle, also wer Township noch sehen will oder Zoo 2, da kommen heute auch Let's Plays und wir fangen aber heute an hier mit Heyday und Weizen, zack, 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 crazy duck ja, wir gucken einfach mal was es hier zu tun gibt, was es Neues gibt, ich könnte auch ein paar oh nein, jetzt habe ich Zucker gepflanzt, es gibt bestimmt eine Weizenaufgabe, ich habe es gewusst nein, löschen, komm, weg damit macht nicht die Frau ich habe eine Milchaufgabe angenommen und das macht nicht die Frau das macht, also es zählt nicht, also die Frau macht es zwar, aber es zählt nicht und da war ich schon ein bisschen sauer ja, weil dann müsste ich ja für die Derbyaufgabe meine Frau abstellen und müsste es sehr, ja, wofür ist die dann da, wofür ist die das fand ich ein bisschen doof ja, das, ja, das fand ich ein bisschen sehr doof das war ein bisschen schade aber gut, was willst du machen dann weise ich jetzt, so Aufgaben nehme ich nicht mehr an das Chili Derby finde ich richtig gut weil ich habe gestern zum Beispiel gar keine Aufgaben, glaube ich, gemacht und das ist nicht schlimm einfach so chillt, wenn man Bock hat den Tag davor habe ich fünf Aufgaben gemacht es ist halt entspannend es ist wirklich entspannend ähm, was mache ich heute? ich könnte auf jeden Fall die Aufgabe vorbereiten oh, zwei oh, die ist vorbereitet mega, mega perfekt, guckt mal richtig einfach, eins, zwei, fertig und direkt nochmal machen ey, das das ist richtig geil das ist geil so direkt nochmal eins, zwei das ist so cool ähm also machen wir es nochmal boah, ich bin auf dem zwölften Platz boah, die anderen sind so aktiv, ja echt, muss ich mal gucken wer wer alles vor mir und alle wer jetzt hinter mir ist boah, mein Magen knurrt ich muss auf jeden Fall gleich mal was essen das kennt ihr ja noch, ne Magen knurrt bei der Ente immer immer erstmal einen Kaffee getrunken aber immer noch entkoffinierten ähm aber noch nichts gegessen ja, ja Essen kommt immer bei mir später zack, wieder fertig Alter, das ist einfach guck mal, genial genial so, und jetzt gucken wir mal ich bin immer noch um zwölften Platz geht doch nicht so, jetzt machen wir die noch letzte Aufgabe das wird's nicht reichen, oder? nein, das reicht nicht aber ich muss es eh noch ein bisschen machen von daher ist es okay so und dann gehen wir mal ins Tal Tal spiele ich auch im Moment sehr, sehr oh, erstmal hier Wiese, 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 Wiese Wiese, 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 Wiese Nein, 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 nein doch, doch, doch nein das ist ja wohl Müll und nochmal drehe ich nicht weil die Wiese ist jetzt auch nicht so krass dass ich das nochmal mache Wiese ist okay aber jetzt auch nicht mega krass oder so also bei Wasser oder so hätte ich das auf jeden Fall nochmal gedreht oder bei einem Zaun vor allem diesen einen Zaun mit dem habe ich den irgendwo stehen? nee den mit dem runden Holzrad in der Mitte den Zaun finde ich nämlich echt gut lasst mal eben hier reingucken ich glaube damit werde ich heute fertig oh yes, damit werde ich fertig weil Moment Blue hat hier wieder alle abgeholt meine Hasen machen richtig Lärm das sind richtig kleine Terroristen ich habe denen eben Möhren gegeben und jetzt hörst du dann die da wie sie die Möhren auseinander nehmen so wartet ach ja das sind die oh nein der muss der muss nochmal das ist ein bisschen doof oh der muss auch nochmal also ich werde heute doch nicht das Ding fertig haben untätig ja der muss jetzt erstmal das noch machen und dann zählt das ja erst für die Aufgabe das ist ein bisschen natürlich ein bisschen doof aber gut was willst du machen den Rest schicke ich weg wie immer ich nehme nur immer die Tierleute und die Einser alle anderen werden weggeschickt oh hier hat wer hatte geholfen Schmetterlingsfarm dankeschön hä ich glaube ich bin fertig geworden oh mein Gott ich glaube oder war das was anderes oh nein ich hoffe ich hoffe das war's dann muss ich jetzt gleich mal gucken auch Schmetterlingsfarm Schmetterlingsfarm hat hier richtig überall geholfen ich muss auch mehr Sachen produzieren habe ich gemerkt dass die Farm und Chico Chico ist ja auch wieder dabei kennen bestimmt noch einige Leute von damals Chico hat damals meinen wo ich in Helsinki bei Heyday ach bei Heyday bei Supercell war da haben wir ja einen Film gedreht und bei diesem Film ist etwas also da habe ich ein Dings mitgenommen dieses Schild wo das alles bewertet wurde mit das hat damals Chico gewonnen ich hoffe das steht noch irgendwo da bei ihr und ist nicht im gelben Sack gelandet das wäre schade aber ich glaube nicht nee nee ich glaube nicht na toll ist nur dieses eine also hier fehlt halt ein Besucher noch ja die Deko hole ich jetzt auf jeden Fall ab die habe ich extra noch aufgehoben damit ich es nicht vergesse die werden wir jetzt hier hinstellen da hatte ich ja extra Platz gelassen hoffentlich finde ich sie direkt weil ach das ist ja so doof gemacht hier finde ich die jetzt hier drin nee ich glaube nicht wo finde ich die jetzt da vielleicht ist ein Geschenk Mann 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 das ist wirklich da ist sie oh ja oh ja das passt sehr gut oder sag mal passt doch gut dahin und das Huhn was da mal raus guckt mega cool mega 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 cool also das freut mich das ist eine schöne Deko ja ähm guck mal hier brauche ich eine Hilfe Kisten habe ich nicht ähm aber die brauchen alle Hilfe um Gottes Willen mhm mhm habe ich irgendwas verpasst nein nichts verpasst so gucken wir weiter ach so den Weizen eben brrrr aber dann gehen wir mal endlich ins Tal für die ganze Zeit schon ins Tal äh ich glaube ich mache auch Möhren nochmal ich habe jetzt gerade so viel Möhren wieder ausgegeben für für die lieben Tiere für die süßen Tiere so ja ey oh mega also heute ist gut oh nein es ist ein anderes oh schade da war eine richtig coole Deko also es gibt neue Dekos in 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 diesem Deko Paket und gut das eine die eine Deko habe ich jetzt nicht bekommen jetzt ist halt was anderes aber die ist eigentlich auch cool oh bitte ich will nicht den Zaun ich will dieses tolle Haus damals war es immer der Traktor jetzt ist es halt das und bitte ich will mal was haben ich habe so lange schon spiele ich ich habe es nie bekommen nie 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 bekommen bitte Postbote bring mir bitte 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 eine schöne Deko es wäre so traurig wenn du jetzt irgendeinen Quatsch bringst dann dann ja dann feuer ich dich dann brauchst du hier keine Post mehr bringen bring einfach bitte was Gutes sei ein guter Postbote sei ein guter Postbote oder ist er oh bitte 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 oh mein Gott ich brauche diese Deko ey das darf nicht wahr sein hä haben die die Wahrscheinlichkeiten höher gedreht oder habe ich jetzt wirklich habe ich jetzt wirklich einfach so viel Glück gehabt das kann ich mir nicht vorstellen habe ich jetzt einfach so viel Glück gehabt oder oder ist das einfach normal dass die die Wahrscheinlichkeiten jetzt so hoch gemacht haben dass man immer eine Deko bekommt mit diesem nein nein das kann ich mir nicht vorstellen ich habe diese Deko bekommen lol das ist ja ey oh cool ich freue mich wirklich sehr wo tue ich die hin oh nein die passt ja eigentlich irgendwie nirgendwo so richtig hin Moment ey wo tue ich die hin soll ich die erstmal da oben hinstellen Moment ich stelle die erstmal da oben hin oh mein Gott ein Traktor wäre natürlich cooler gewesen ja ich muss ja immer meckern nein Quatsch ähm boah die ist ja voll groß die ist ja richtig groß holla die Waldfee ähm ja wo stelle ich die ich stelle die erstmal hier hin und hier das Wasser habe ich ja letztens nur hingestellt zum gucken wie teuer das ist das kann also eh weg ey krass eigentlich wartet ich stelle das da hin und stelle ein paar Tannen drumherum muss ja auch muss ja auch passen ne so das lassen wir mal so ähm oh man wie cool ist das einfach ich freue mich total einfach so eine Deko aus dem Paket ich habe noch nie eine Deko aus dem Paket bekommen boah die ist echt groß ne krass okay jetzt brauchen wir Bäume denn ohne ähm Bäume kannst du auch nichts fällen also so einfach ist das jetzt müssen wir mal gucken gab es hier nicht eine Bäume ähm eine Baum oder ist es das hier bei Blume ist es bei Blume also das das Suchen hier ist immer extrem blöd gemacht das muss man einfach mal sagen ich brauche Tannen ja weil die Bäume werden ja auch immer mehr werden ja nicht weniger Bäume werden mehr boah ey guck mal wie viele Dekos hier einfach drin sind wisst ihr was ich meine also das meine ich halt es wird halt immer mehr und irgendwann da da sind schon mal boah die kosten aber aber viel viel ja Dingsbums es wird eigentlich so Tannen da sind Tannen boah wie weit ich jetzt dafür gehen musste aber es gab auch größere Tannen da oh ja oh ja so hä nein die wollte ich jetzt nicht noch ein paar kleine da so ja das kann man erst mal so lassen cool sehr sehr schön also das ja kann man auf jeden Fall machen so lasst mal gucken vielleicht kann ich auch erweitern ich kann erweitern aber ich wollte glaube ich ähm sammeln bis ich hier erweitern kann also was größeres oder ich kann auch da erweitern das geht auch ich mach das damit ich auch wieder Platz in der Scheune hab ey heute cool einfach hier einige Sachen die ich machen kann da lass ich es aber so verwildert ich lass es mal so ähm ich glaub ich lass alles verwildert erstmal weil ich weiß noch nicht was ich da machen will deswegen wird das erstmal so ein so ein Wild Wald Wildwald ja Wild Wildwuchswald so ähm genau Derbyaufgabe abgeben oh Platz 11 ich hab jemanden eingeholt wen hab ich eingeholt Experiment auf 1 Vitolo auf 2 Dusty Blue Elke auf 5 achso die haben aber alle oh die sind alle ne sind nicht alle maximal mhm mhm maximal ist wahrscheinlich nur Experiment die hat voll durchgezogen Wonderland Jakob dann oh dann geht's schon unter 1000 hä 300 Domi 800 ach ich bin bei der 11 ich bin zwischen Eva und Domi ich hab die Domi hab ich eingeholt oh oh wenn ihr das seht ähm ja 300 ist ein bisschen krass wenig ja 300 ist wirklich ein bisschen krass wenig ja hätte man auch überlegen können sich abzumelden also bei uns sind's da extrem locker aber ein bisschen mitmachen sollte man schon so gucken wir mal hier Äpfel tue ich einsammeln weil die Bäume gefallen mir nicht ja es sieht einfach nur schrecklich aus wenn die so klein sind ja es sieht nicht gut aus so die sollen erstmal wieder wachsen und jetzt gehen wir endlich endlich hier rein hä Derbyaufgabe ist bei mir immer noch da angekreuzt okay Belohnungen abholen und ich gebe auch glaube ich direkt wieder ein bisschen was aus also ich kaufe direkt wieder was ich will ja immer nur so viele Punkte behalten dass es reicht für na sagt es für die Mega Belohnung also für am Ende die Belohnung 1100 pro Dings brauche ich halt boah 33 also da werde ich guck mal hier direkt ein Tier perfekt so kannst einfach nur drei Tiere jetzt erstmal einsammeln und dann direkt wieder zurück ey ich schwöre ich mach nur Tiere ne ich mach nur Tiere ich find das auch das find ich wirklich am besten also das beim letzten Mal ich bin so überhaupt nicht zurecht gekommen das war einfach viel zu viel was die alles wollten ähm finde ich so viel 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 besser also dann macht es auch Spaß so ohne Tiere macht ehrlich gesagt das Teil also mir persönlich kein Spaß weil einfach zu viel ja das ist einfach zu viel guck mal so drei Tiere eingesammelt zack und ich bringe die jetzt wieder weg guck mal bam direkt wieder richtig Punkte und ich kann jetzt wieder hier reingehen und kann mir wieder irgendwas kaufen hier oben habe ich mir zwei Sachen gekauft da habe ich mir eine Sache gekauft hier habe ich mir drei Sachen gekauft gut ich würde mir jetzt vielleicht nochmal das Puzzleteil holen weil die anderen Sachen bin ich ehrlich also ja brauche ich irgendwie nicht was kommt da unten noch da würde ich mir auch die Rolle holen ja ach ja ich hole mir 600 Grüne okay das ist ein Problem 600 Grüne kann ich nicht ausgeben ne 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 das kann ich nicht machen ach ne ich habe falsch geguckt hier sind ja keine 600 Grüne so gekauft jetzt könnte ich noch 500 Blaue ausgeben aber ich will mir nicht so ein TNT Fass holen also ja was soll ich mit einem TNT Fass hallo oder eine Axt dafür so viele Punkte ne 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 das mache ich nicht auf gar keinen Fall boah wie viele Tiere hier rum bestehen als ob krass sammle ich gleich nochmal direkt eins ein hier haben wir das Schwein ey was ist denn heute los Glücksschweini so machen wir direkt legen wir direkt los hier zack zwei Bretter zwei Nägel und nochmal zwei Nägel ähm nächste Runde so drei Hummer zwei davon zwei davon zwei davon nächste Runde ey läuft doch gut läuft doch gut Leute 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 drei Äxte fünf davon drei davon zwei davon fünf davon eins davon ich hör auf ich hör auf ich hab das erste Mal kein Geld ausgegeben ey als ob das so ey geil heute ist einfach ein geiler Tag heute ist einfach heute ist einfach guck mal das hab ich alles bekommen ich hab einfach kein Geld also keine Diamanten ausgegeben was ist denn los ey das ist ach ey geil geil also ich bin richtig jo passt passt einfach gut einfach gut so guck mal so guck mal wie viel fehlt mir denn mhm mhm boah bolzen aua bolzen krieg ich doch gar nicht aufgeholt und hier ja schrauben kann ich eigentlich verkaufen ach ne ich behalte die erstmal vielleicht will da einer tauschen oder so ey gut einfach gut ich bin gut drauf ich sag's euch und im Moment ich spiele zwar nicht so oft weil ich bin also die Sonne und so ich bin einfach draußen genieß das Wetter mach das auch mach das auch ihr wisst nicht wie lange ähm man die Sonne genießen kann bis es wieder doofes Wetter ist oder bis wieder was doofes in der Welt passiert oder man weiß es nicht alles ist ja immer im Moment sehr ungewiss oder im Moment bin ich wirklich oh oh geil tschui gesundheit dankeschön so wir drehen jetzt einmal zweimal ey heute ist so gut läuft einfach läuft einfach und wieder die neun und die acht ey perfekt perfekt 36 wieder man ey ist das gut heute ich würde sagen ähm damit verabschiede ich mich oder wartet mal lasst mal eben gucken ich brauche neunhundertfünfzigtausend zweihundert ja okay das wird nicht reichen sagen wir ich hab 300 dann bräuchte ich immer noch sechshunderttausend ähm und ich kriege hier am Ende vier fünf fünfhundertfünfzig etwa boah das ist aber knapp ist fast ein Level up krass ja ist nicht schlecht nicht schlecht er ist echt gut ich bin zufrieden ich bin mega zufrieden ja ähm ja ich bin trotz alledem erstmal hier raus und lad das jetzt natürlich hoch ähm und kümmere mich um die anderen Let's Plays wenn ihr mich da auch unterstützen wollt auf den Kanälen wie gesagt ähm die Kanäle sind in der Beschreibung oder auf dem Kanal verlinkt schaut gerne mal vorbei Township und Zoo 2 wir sehen uns bis dann tschüss näin das